Herzlich willkommen zu Menschen in München, liebe Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen ein Urgestein des deutschen Fernsehjournalismus vorstellen. Dieter Kronzucker. Er hat in diesem Jahr schon den Münchner Publizistenpreis von Oberbürgermeister Christian Ude bekommen. Er wird den Bayerischen Fernsehpreis bekommen im Mai und dann darf er zu dem 100. Geburtstag des Wittlbacher Gymnasiums die Festrede im Prinzregententheater halten. Aber zuvor möchte ich mich mit ihm unterhalten über sein Leben, über das, was er alles schon geschaffen hat. Herr Kronzucker, schön, dass wir München TV mal bei Ihnen sein dürfen. Was verwundert ist bei so einem Weltmenschen wie Sie, der kreuz und quer diesen Globus bereist hat, dass Sie sich an diese Stelle zurückgezogen haben, wenn Sie verschnaufen. Warum? Also Sie haben es ganz richtig gesagt. Ich bin am liebsten unterwegs, übrigens heute noch. Aber es muss ja in Zeiten der Globalisierung und auch bei meinem eigenen irregulären Leben irgendwo einen Haltepunkt geben. Und da hat mein Vater schon einen Anker ausgeworfen in Tegernsee und den benutze ich heute noch und den benutzt auch meine Familie, wenn außergewöhnliche Anlässe sind. Also Routine-Termine wie Weihnachten und Ostern, aber auch Geburtstage, Taufen und so weiter. Das heißt, in Ihrer Jugend waren Sie auch schon hier an diesem Ort? Ich habe seinerzeit davon profitiert, dass es ja wegen der Bombennächte so ein Programm gab, dass man aufs Land geschickt wurde. Man nannte das Landverschickung, glaube ich. Und die führte mich, obwohl ich in München geboren bin, sehr früh an den Tegernsee. Und da wurde ein Sanatorium Griesinger umfunktioniert zu einem Haus für viele Kinder aus der Großstadt. Und deswegen bin ich dem Tegernsee sehr verbunden. Und es ist auch so, dass meine ältesten Freunde, die auch meine Klassenkameraden waren, immer noch hier am See sind. Mit denen spiele ich Schafkopf, mit denen gehe ich wandern, mit denen spiele ich Tennis. Also nach den vielen Jahren draußen in der Welt ist es tatsächlich zu einer Heimkehr gekommen. Irgendwo braucht man einen Hafen, wo man ja irgendwo mal verankert war. Ist denn von diesem Hafen heraus auch der grundsätzliche Impuls gekommen, journalistisch zu arbeiten? Also ich habe neulich mal gefunden für eine Biografie, die jemand von mir wollte, da einen Zettel bei der Aufnahme ins Gymnasium. Und da wurden die angehenden Gymnasiasten gefragt, was sie mal werden wollten. Und da habe ich nachgelesen, während andere also sowas geschrieben haben, wie Kapitän oder Lokomotivführer oder Feuerwehrmann oder sowas, dass ich tatsächlich da schon hingeschrieben hatte, nicht gerade Journalist, aber Regisseur. Das war also etwas, was mir von vornherein vorschwebte. Und als es nur irgendwie ging, habe ich dann die erste Schülerzeitung am Wittelsbacher Gymnasium, wo ich also zur Schule ging, gegründet, die übrigens heute noch real existiert. Stolz darauf kann man sein, dass das also die am längsten ununterbrochene erscheinende Schülerzeitung im früheren amerikanischen Sektor ist, der Wittelsbacher Kurier. Und ich meine, bekannt sind Sie uns ja allen durch das Fernsehen geworden. Wann hatten Sie denn zum ersten Mal Kontakt mit dem Fernsehen bekommen? Da ging ich noch zum Gymnasium. Ich hatte Kontakt zu einem kleinen Filmstudio Leckebusch. Der Name klingt verwandt, hat aber nichts mit dem Michael Leckebusch aus Bremen zu tun, diesem Regisseur. Wie hieß die Sendung? Es war eine Rock-Sendung. Eine Rock-Sendung, die er gemacht hat. Beat-Club. Beat-Club. Hat damit nichts zu tun, sondern der Leckebusch, der stellte Kulturfilme her. Und da fungierte ich unter dem großspurigen Titel Aufnahmeleiter so als Kabelschlepper und als ich dann den Führerschein hatte als Busfahrer, also dem VW-Bus, und durfte assistieren bei so spannenden Reportagen wie Schmuckkästlein Franken oder die Morisken-Tänzer. Das waren so kleine Kulturfilme. Und das hat mich damals sehr fasziniert, vor allem ein Regisseur namens Reisinger, der damals gesagt hat, also die Erfindung des Farbfilms ist ganz tödlich für die Kunst und deswegen wurde das alles noch in Schwarz-Weiß gedreht. Und der hat also gesagt, Schwarz-Weiß ist eigentlich die Form, in der man künstlerisch Fernsehen machen kann. Heute sind wir genau auf dem umgekehrten Weg, dass zum Beispiel das Dritte Reich, das es vornehmlich in Schwarz-Weiß-Wochenschau gab, man sich jetzt bemüht über Amateurfilme alles in Farbe noch einmal zu bekommen. Und ich gehöre schon zu denen, die sagen, Farbe ist besser als Schwarz-Weiß. Jetzt haben Sie das, sind Sie dann irgendwann mal zum ZDF gekommen und beim ZDF haben Sie etwas entwickelt, was es auch heute noch gibt. Und zwar ist es das Heute-Journal. Herr Kronzweger, wie sind Sie damals auf den Gedanken gekommen, ein Format zu entwickeln? Im Fernsehen wissen wir heute, dass langlebige Formate eigentlich eher eine Seltenheit sind. Und die, also wie das Heute-Journal, so zu entwickeln ist, dass es eben auch über Jahrzehnte Bestand hat. Ich darf über zwei Vorgänger reden. Der eine hat sehr gut funktioniert, der andere hat schlecht funktioniert. Ich hatte beim WDR schon in den 60er Jahren ein Programm entwickelt für das dritte Programm. Das hieß Skurrilitäten aus Nordrhein-Westfalen, die gibt es nicht mehr. Mit einem Regisseur namens Gianni Patschi, aber Aufnahmen davon gibt es noch. Ich fand es sehr kurios, man kann das vielleicht nochmal wiederholen. Einer meiner Freunde war damals der Dieter Thoma und der Biolek. Die hatten da noch ohne Fernsehen eine Talkshow gemacht auf dem roten Sofa oder wie das hieß in Köln. Der zweite Versuch existiert immer noch. Das war Extra 3, die erste satyrische Sendung im Fernsehen. Die habe ich in den Jahren 73 und 74 mit meinem damaligen Kollegen Wolf von Lojewski entwickelt. Ich war der Redakteur und er war der Verkäufer. Gibt es heute noch. Und dann kam eben die Geschichte mit dem Heute-Journal. Gibt es auch eine kleine Vorbemerkung, dass sowohl ARD wie ZDF damals daran dachten, eine redaktionelle zweite Nachrichtensendung am Tag zu machen, die mehr Nachrichtenhintergrund als Vordergrund vermittelt. Und da kam das Angebot übermittelt von einem Kollegen, den ich sehr verehrte und schon lange kannte, nämlich Hans-Joachim Friedrichs. Der war damals beim ZDF noch. Sportschau-Chef. Und der überbrachte mir also die Aufforderung, doch mal nach Mainz zu reisen und da vielleicht ein Programm zu entwickeln. Zusammen mit Fritz Nowotny. Und da habe ich mir gedacht, mit dem honorigen Kollegen zusammen, das ist eine gute Aufgabe, schöne Herausforderung. Der Nowotny hat aus Gründen, die ich heute nicht mehr zusammenbringe, nachvollziehen kann, dann abgesagt. Und so war ich dann plötzlich alleine und musste mir einen zweiten suchen, denn das war ja noch die Zeit des Proporzes. Also ich war CDU, ich brauchte also jemand, der von der SPD ist. Und da gab es dann eben den Wolf von Lojewski, den Dagobert Linklau, den Hans-Jürgen Rosenbauer und den Klaus Bresser. Und das Haus hat sich dann für den Klaus Bresser entschieden. Der war zwar nicht in der SPD, aber musste so tun als ob. Und dann musste es noch einen dritten geben, das war die dritte Partei. Der war dann tatsächlich in der FDP, das war der Gustav Trampe. Und dann haben wir drei zusammen ein Konzept entwickelt, allerdings auf Vorlagen, die schon existierten. Horst Schettle war damals ein bekannter Mann im ZDF. Und dann haben wir eine Nachrichten-Hintergrund-Sendung entwickelt, die, und das haben Sie vorher gesagt, das fasse ich als Lob auf, in der Form bis heute existiert. Wurde kaum etwas verändert. Ein Erfolgsrezept. Vor allen Dingen, was für Deutschland ja völlig neu war, ist diese Funktion des Anchormans, des Mannes, der die Nachrichten präsentiert, der auch seine eigene Meinung mit einfließen lässt. Und Sie haben den Namen schon gesagt, Hans-Joachim Friedrichs hat es eigentlich bei der ARD dann gemacht. Und Sie haben es beim ZDF gemacht. Wann haben Sie denn zum ersten Mal gespürt, dass da so etwas wie Ruhm entsteht? Also vor dem Ruhm kam erst mal der Ruf und auch der Verruf. Denn die zuständigen Gremien, also die Programmbeiräte, waren eigentlich ziemlich entsetzt darüber, was aus dieser Nachrichten-Hintergrund-Sendung dann geworden ist. Sie hatten sich vorgestellt, dass das vor allem auch wieder politische Berichterstattung ist. Aber für Klaus Presser und mich war durchaus auch die Illustrierte ein Vorbild, dass man also sehr breit an die Nachrichten herangeht, dass alles eine ebenbürtige Rolle spielt, ob das jetzt der Sport ist oder die Wirtschaft oder die Gesellschaft. Besonders eklatant ist dem Programmbeirat aufgefallen. Da hat ein österreichischer Liedermacher namens Falko ein Lied über ein Mädchen gemacht, das entführt, vergewaltigt und ermordet wird. Und das haben wir an die erste Stelle gerückt und die Frage gestellt, darf man so etwas? Der Programmbeirat hat gesagt, das darf man nicht so etwas an die erste Stelle rücken. Tatsache war, dass der Falko bei der nächsten Version des Liedes dann den Mord ausgelassen hat und mir dann erzählt hat bei einer Bambi-Verleihung, und da kommen wir dann zum Ruhm, mir dann erzählt hat, dass diese Sendung dem Verkauf dieses Liedes sehr auf die Beine geholfen habe. In den Anfangsjahren des Heute-Journals ist das gut eingeschlagen, sowohl bei meinem Kollegen, bei meinen Kollegen drüben in der ARD, wie auch beim ZDF. Aber in der Tat war es so, dass wir von der Programmpresse, wir meine ich jetzt Klaus Presser und ich, rangierten vor den Kollegen von den Tagesthemen, so hieß das Konkurrenzprogramm. Und dann kamen auch die einschlägigen Preise, also vor allem der Bambi. Und Ruhm allerdings, muss ich sagen, entstand in einer Kombination mit einem der Unglücksfälle meines Lebens, nämlich 1980 mit der Entführung meiner Kinder in der Toskana. Ja, danach ist dann der Bekanntheitsgrad so unerträglich geworden, dass mein damaliger Sender ZDF ein mir vorher schon versprochene neue Aufgabe dann vorher gegeben hat, nämlich Korrespondent in Washington, wo man von dieser Sache nichts wusste. Da haben Sie ja diese Erfahrung gemacht, dass Sie ja im Grunde genommen selber immer recherchiert haben, Geschichten geschrieben haben, Geschichten präsentiert haben. Und jetzt hat sich das, weil Sie es selber angesprochen haben bei der Entführung Ihrer beiden Töchter, wurden Sie plötzlich zur Nachricht. Wie haben Sie das als Journalist erlebt? Also dazu kann ich schon etwas sagen, aber generell zu dieser ganzen Affäre, da gibt es so ein Konvenant mit meinen Töchtern, dass wir darüber nicht sehr viel reden. Das hat jetzt gar nichts mit Geheimnistuerei zu tun, sondern ursprünglich hatte das auch mit Heilmechanismen zu tun. Aber ich kann dazu schon so etwas sagen. Also man wird plötzlich selber zum Manipulator. Also das heißt, was man immer bedauert hat, wenn man Interviews geführt hat, dass die Leute nicht recht raus wollen mit der Wahrheit, sondern auf jede Frage, die sie stellen, die Antwort geben, die sie wollen und nicht, die sie erwarten. Das ist dann mit mir ebenfalls erfolgt. Damals natürlich, um die Kinder zu schützen und um aus der Sache irgendwo heil herauszukommen, was am Ende ja funktioniert hat. Wenn Sie sich Gedanken machen über die Art der Journalisten, wie sie, ich sage jetzt mal, in den Anfangsjahren, vielleicht in den 70er und 80er Jahren war und wie man sie heute sieht. Das Medienangebot hat sich natürlich sehr viel vergrößert. Da gab es in jüngster Zeit von Ihnen auch Kritik, dass Sie sagen, dass da viele unterwegs sind, denen im Grunde genommen die Allgemeinbildung auch fehlt. Sie haben eigentlich ziemlich über das geschimpft, was im Moment im Angebot so da ist. Also wenn ich mal ein geschwollenes Wort als erstes gebrauche. Die Ächtung nicht unmittelbar verwertbaren Wissens ist eine Krankheit unserer Zeit. Man merkt das zum Beispiel an der Rückstufung des Gymnasiums von neun auf acht Klassen. Da werden die Schüler nicht mehr ausgebildet, sondern abgerichtet auf einem Beruf. Wogegen doch eigentlich das Ideal sowohl des Gymnasiums wie dann später auch der Universität, deswegen heißt es ja auch Universitas war, dass es neben der Ausbildung auch eine Allgemeinbildung gibt. Und die Letztere zieht immer wieder den Kürzeren. Das ist aber gar nicht so Schuld der jungen Leute und der jungen Journalisten, sondern es ist eigentlich geschuldet den Anforderungen, denen sie gegenüberstehen. Wenn Sie sich mal in einem Nachrichtenbüro, ob bei der Presse oder beim Fernsehen, bei Ihnen zum Beispiel oder bei mir, umschauen, da kriegt einer den Auftrag, mit den heute ja in reicher Fülle zur Verfügung stehenden Agenturnachrichten und Bildnachrichten, einen Kurzbeitrag zu erstellen von sagen wir mal 1,15. Dann liest er genau so viel nach und das möglich noch bei Bayern 5 oder bei Google. Nicht aus Eigenrecherche, was er für diese 1,15 braucht. Darüber hinaus weiß er gar nichts mehr über den Umstand. Und ich meine, ich bin da noch so alt, muss ich sagen, man sollte immer eine Spur mehr wissen als das, was man gerade braucht. Haben Sie nicht aber auch das Gefühl, dass die Fernsehsender, vielleicht der eine oder andere private, aber vielleicht auch der eine oder andere öffentlich-rechtliche, selbst bei Auslandsgeschichten, die Reporter heute in Somalia, morgen in einem anderen Krisengebiet, übermorgen in dem dritten und dann vielleicht in einer Woche drei Krisengebiete und im Grunde genommen stecken die Leute ja auch nicht in den Themen drin. Also, dass man das perfektionieren kann, diese Allgegenwart, dafür gibt es Beispiele, Kollegen, die noch älter sind als ich, Gerd Ruge und Peter Scholler-Thur zum Beispiel, die auch in der Welt herumrasen und ganz unterschiedliche Aufgaben in grandioser Art und Weise erledigen und uns Ereignisse in der Welt nahe bringen. Bei den jüngeren Leuten haben Sie natürlich völlig recht, dass da das Augenblickswissen und das sofortige Statement vor der Kamera, also Instant Television, zu den Aufgaben von heute gehört. Das kann man aber nicht mehr zurückdrehen, einfach weil die Konkurrenzsituation so groß ist. Und manchmal bewundere ich junge Kollegen, die es fertigbringen, kaum angekommen an einem Ort der Krise sich vor eine Kamera zu stellen und dann doch Kohärentes zu sagen. Aber Sie haben schon recht. Wenn man die jetzt in eine Interviewsituation verwickeln würde, dann würden Ihnen die Zahlen, Daten und Fakten gar nicht mehr einfallen. Ich muss aber sagen, dass in jenen Sendungen, wo sich die Kolleginnen und Kollegen lange vorbereiten können, ich denke auch an Talkshows, die nur wöchentlich erscheinen, manchmal nicht gut genug vorbereitet sind. Bleiben wir gerade noch mal kurz im Ausland, weil ja für viele Journalisten sozusagen die Krone, die Kriegsberichterstattung ist. War das in Ihrer Zeit nicht aber auch ähnlich? Hat sich das nicht sozusagen auch in den 60er und 70er Jahren schon so entwickelt, dass der kompetenteste oder der erfahrenste oder der beste, was immer man darunter versteht, Journalist, der ist, der sich in Kriegsgebieten bewiesen hat? Also die Zeit, an die ich mich am liebsten erinnere als Korrespondent draußen, ist Lateinamerika. Das war ungefähr von 68 bis 72. Warum? Natürlich einmal durch die Vielfalt der Aufgaben und natürlich, weil sich da plötzlich was getan hat. Also ein freigewählter Marxist auf einmal in Chile, also Salvador Allende, dann Fidel Castro in Kuba, dann die Tupamaros in Uruguay, also der Bürgerkrieg in Argentinien, also da hat sich ja nun alles Mögliche getan. Nein, der entscheidende Vorteil war, bevor es diese weltweite Vernetzung der Agenturen gab, wusste man nicht so genau, was da passiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme in Chile gemacht habe über einen Mord an einem Oberbefehlshaber, dann lief das eineinhalb Tage oder zwei Tage später in der Tagesschau und war dennoch die erste Nachricht von diesem Geschehen. Also man war sozusagen der Experte auf diesem Gebiet. Und was dazu führte, dass man tatsächlich die Expertise auch errungen hat. Ja, es gab nicht wie heute, dass man im Internet nachguckt, was ist in Chile los. Da kommt man heute in jedes Kaff rein mit dem Internet. Und damals waren Sie... Und dann noch das Google Earth. Google Earth. Ja, da weiß man noch genau, wo das auch passiert ist. Absolut. Dann gab es den Charlie Weiss, der hatte aus Asien berichtet und der hat mir mal erzählt, dass wenn da irgendein Krieg ausgebrochen ist und die Segeln waren oder so, dann hat der Krieg einfach erst mal zwei Tage später erst in Deutschland stattgefunden. Genau, so war es. Weil das nicht... Genau, so war es. Gibt es aber übrigens ein Ereignis, das einschneidend ist für die Wende, diese Art von Berichterstattung. Im Jahre 1970 wurde der damalige deutsche Botschafter in Brasilien von Hollleben entführt. Und ich saß da mit meinem Team vor der Residenz des Botschafters zwei Tage und Nächte lang, um zu sehen, was da passiert. Um ihn, wenn er zurückkommt, als erstes auch interviewen zu können und so. So ist halt nun mal Journalismus. Man ist auch wirklich dran an den Geschichten, ob das den Gegenständen oder Personen gefällt oder nicht. Der kam tatsächlich, ich hatte mit dem Pressesprecher ein gutes Verhältnis aufgebaut, und es gab das erste große Interview. Das wurde dann verschickt und dann wurde ich von Deutschland angerufen und gesagt, Ihr Interview konnten wir leider in dieser Form nicht mehr senden, denn das danach aufgezeichnete Gespräch mit dem brasilianischen Fernsehen wurde über Satellit nach Deutschland überspielt. Das war dann damals in Schwarz-Weiß, war einer der ersten Satelliten übertragen überhaupt. Und damit war es vorbei mit dem Expertenvorsprung, den man also in diesen Ländern hatte. Damit hat sich das Gespräch sozusagen überholt. Hatten Sie denn in diesen Krisen- und Kriegsgebieten Angst? Na gut, also ich sag mal, da, wo ich am meisten Angst hatte, das war viel früher. Es war ja so, dass es im Vietnamkrieg oder zu Beginn des Vietnamkriegs, da hat er noch gar nicht richtig getobt, gab es zwei Experten. Das war entweder der Asien-Experte Hans-Walter Berg oder der Sonderkorrespondent der Peter Scholler-Thur. Da die beide aber auch mal Urlaub nahmen und einer auch krank wurde, hatte ich, sah ich, eine Chance, als ganz junger Mann nach Vietnam zu gehen. Ich habe gedacht, das würde dann so ein Monat oder zwei sein. Es war dann fast ein halbes Jahr und das war 1966. Und kurz vor der TET-Offensive, also dem Großangriff der Kommunisten. Und der Pressesprecher, ein deutschstämmiger namens Heller, der Amerikaner, rief mich in der Nacht an im Hotel und sagte, du hör mal, da hat eine Schlacht stattgefunden, das erste Mal zwischen Nordvietnamesen und amerikanischem Militär auf der Hochebene von Pleiku, das ist in der Nähe von Da Nang, in der Mitte Vietnams. Willst du da hinfliegen? Und tatsächlich bin ich dann da hingeflogen mit einem Kameramann. Wir waren die Ersten am Ort. Wir mussten rausspringen aus dem Hubschrauber, der durfte nicht landen. Und die haben gesagt, in drei Stunden kommen sie wieder. Und dann kamen wir auf ein Schlachtfeld mit stöhnenden Menschen und immer in der Angst, dass da irgendwo ein Nordvietnamesen, ein Vietkong noch herum ist und uns in Gefahr bringt. Und wir haben dann sehnlichst auf diesen Helikopter gewartet. Und als wir dann schließlich und endlich in den einsteigen konnten, waren wir schweißnass vor Angst. Haben Sie sich da Gedanken drüber gemacht? Sind Sie gläubig? Na ja gut, also mein Kameramann damals, Heinz Töter hieß der, der hatte das anders empfunden als ich. Der Kameramann hat den Vorteil, wie der Kameramann, der uns gerade filmt. Es gibt so ein Zwischenmedium, der beobachtet die ganze Situation. Entsprechend entwickelt er eine zweite Haut gegenüber den Geschehnissen. Aber als Reporter bist du ja direkt dabei, siehst das alles. Und natürlich kommen einem da so Gedanken, ja, wenn es jetzt Schluss ist, wie ist denn das mit dem Leben gewesen? War das bisher in Ordnung? Was tue ich meiner Familie an, dass ich hier bin? Aber es gab auch ein zweites Element. Muss ich ganz ehrlich sein. Ein wenig dieser Höhenflug, der journalistische, dass man das erleben kann, ist schon auch dabei. Das ist ein abwegiger Gedanke. Es ist die dunkle Seite von allen Krisenjournalisten, dass sie gar nicht so ungern in diese Krisen gehen. Weil dieses Gefühl, das Material dann mitzubringen und zu zeigen, wo man gewesen ist, ja, nicht wo man gewesen ist, sondern durchaus, dass man eine Mission erfüllt. Man war hautnah dabei, um den Leuten zu sagen, wie Krieg wirklich ist. Herr Kronzucker, Ihre Einschätzung über die Medienlandschaft, wie sie heute ist, da würde ich jetzt gerne mit Ihnen drüber sprechen. Herr Kronzucker, jetzt haben Sie so lange Fernsehen gemacht. Wenn Sie sich Gedanken über die Wirkung des Fernsehens machen, gerade im Nachrichtenbereich, haben Sie das Gefühl, dass das Fernsehen eine große Wirkung hat oder plätschert das dann zum Schluss auch einfach so weg und ist dann bedeutungslos? Also das Fernsehen hat eine viel größere Wirkung einst gehabt. Zu Zeiten des Kalten Krieges hat man auch auf die Kommentatoren des Fernsehens geachtet. Und das waren damals nicht nur Fernsehmenschen, sondern die kamen von den Zeitungen, die kamen eben aus der Rubrik der Kommentatoren und Meinungsmacher und Publizisten. Heutzutage ist es so, dass die Bedeutung der einzelnen Journalisten nicht zurückgegangen ist, was ihren Bekanntheitsgrad angeht und den Ruf und den Ruhm. Das merkt man an den Vortragshonoraren. Sondern man hält es nicht mehr so wichtig, was sie sagen. Also ich habe immer das Gefühl, das verpufft. Ob das jetzt Talkshow-Moderatoren sind oder Kommentatoren, das mit der Kommentarschiene hat er ja sowieso sehr abgenommen, nur die Tagesthemen machen das noch. Und das wird nicht mehr so recht ernst genommen. Hat aber nichts damit zu tun, dass etwa das Prestige des Fernsehjournalisten zurückgegangen ist, sondern man legt dem nicht mehr so viel Bedeutung bei wie früher. Haben Sie denn Ihrer Arbeit eine politische Bedeutung zugemessen? Es gab eine Zeit, wo ich geglaubt habe, das, was ich da aus Südamerika oder später aus Nordamerika berichte, sei für die Leute auch ganz wichtig. Es hat sich dann herausgestellt, dass das zum Teil stimmte, zum Beispiel für die damalige DDR. Also es gibt immer wieder Kollegen, die ich treffe, die sagen, wir haben geguckt, was du da aus Amerika gesagt hast. Und das haben wir verglichen mit dem, was unsere Leute über Amerika gesagt haben. Und deswegen war das für die wichtig. Aber ich glaube, bereits für Westdeutschland war das nicht wichtig. Denn gerade was Amerika angeht, glaubt ja jeder, dass er selber so viel davon versteht, dass man da nicht mehr demjenigen trauen muss, der da draußen ist. Wenn man jetzt laufend auch eben, wie Sie, Kontakt zu Politikern gehabt hat, nicht nur eben in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, aber eben auch speziell in Deutschland. Haben Sie sich da mal selber die Frage gestellt, ob Sie das Geschäft mal wechseln sollten und vielleicht selber in die Politik eintreten? Nein, dieser Versuchung konnte ich mit Freude widerstehen, weil ich ja gemerkt habe, die Kollegen, die dann da mal in diese Berufe gegangen sind, ich erinnere an Klaus Bölling, aber auch an den leider verstorbenen Bönisch, die mussten dann als Pressesprecher das sagen, was ein anderer dachte. Die durften ihre eigene Meinung nicht sagen. Und das finde ich fatal. Es gibt ja diese Mehr, dass die Parteien Einfluss nehmen darauf, was du als Meinung äußerst im Fernsehen. Ich habe davon nie etwas gespürt. Das ist mehr so ein böser Leumund. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit, wenn Sie sich mal anschauen, was die Tagesthemenkollegen oder auch was der Herr Kleber im Heute-Journal, was der so sagt, das ist ja sowas von meinungstriefend. Da hätte man früher ein Scherbengericht vor dem Programmbeirat gehabt. Heute ist immer nur die Frage, wie viel bringt es, wie ist die Quote? Also dieses Quotendenken hat auch den Vorteil, dass man auf den Proporz nicht mehr so schielt. Der Hajo Friedrichs, gerade jetzt, wenn Sie von Proporz sprechen, hat ja gesagt, in dem Moment, als die Politik mit ins öffentlich-rechtliche Fernsehen reingekommen ist, war das eigentlich die größte Fehlentscheidung, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen getroffen hat, weil die Politik dann eben in ihren Gremien auch Einfluss auf die Journalisten und so genommen hat. Haben Sie das als sehr intensiv empfunden während Ihrer Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ganz selten. Also schon mal, ich habe das ja vorhin im Gespräch schon erwähnt, wenn man im Heute-Journal also zu sehr aus dem Nachrichten-Chargon herausgegangen ist. Nein, das Problem war nicht das, was man gesagt hat, sondern das Problem war, dass die entscheidenden Abteilungsleiterstellen nach Proporz besetzt wurden und das ist ja bis heute so. Zwei links, zwei rechts und in der Mitte einen fallen lassen. Es ist nur heute so, es ist nicht zwei links, zwei rechts, es ist fünfmal, das muss ja sehr heute vergeben werden, weil wir inzwischen ein Fünf-Parteien-Spektrum haben. Aber wie ich schon sagte, was der eine oder andere dann sagt, wird nicht mehr so auf die Goldwaage gelegt. Es ist nur die Ausgangssituation. Man weiß ja zum Beispiel von Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder auch von Kohl, dass die gerne, oder auch von Außenminister Joschka Fischer, dass die gerne mal die Journalisten auch so abgebürstet haben und so abblitzen lassen. Ist Ihnen das auch mal so ergangen? Beziehungsweise, wenn es Ihnen so ergangen ist, wie haben Sie da reagiert? Darf ich eine Anekdote mit Helmut Kohl erzählen? Gerne. Helmut Kohl war gerade wiedergewählt worden und hatte einen Antrittsbesuch in New York in diesem Falle. Und es ging um eine ganz wichtige Entscheidung. Und er hatte mir ein Interview zugesagt im Hotel Astor. Ich hatte hinter der Küche, da gab es einen großen Raum mit zwei Kameras, mit Lampen und allem Möglichen aufgebaut. Kohl kam, wir machen die Lichter aus, die Elektrizität fiel aus im Haus. Daraufhin mussten wir, da war er schon verärgert, vor das Hotel gehen, um da eben noch schnell ein Interview zu machen. Es wurde nämlich langsam dunkel schon. Und da kam dann erst mal eine Besucherschar, die wollte von ihm Autogramme, das hat ihn noch weiter genervt. Dann haben wir das Interview gemacht. Ich drückte das meiner Producerin in die Hand, die fuhr mit der Kassette zu CBS und ließ die Kassette im Auto liegen. Dieses Interview wurde nie gesendet und Kohl hat sehr lange, vielleicht bis heute geglaubt, dass ich ihm schaden wollte. Haben Sie einen Mechanismus gefunden, wie man mit den Politikern dann doch umgeht, wenn sie einen so abbürsten? Naja gut, also einen Mechanismus findet man da glaube ich nie. So was kann sich eigentlich nur von selber regulieren, wenn man dann mal Skatspielen geht oder wenn man über was ganz anderes redet oder beispielsweise immer sehr dienlich sind ja diese Reisen mit Ministern oder Politikern, weil da ein ganz anderer Kontakt entsteht. Ich habe aber auch gelernt und da unterscheiden wir uns ja sehr von den Amerikanern, dass es schon so was wie Off the Records geben sollte. Sonst kommst du nie in ein vertrauliches Gespräch. Also wenn man der Nannen Maxime folgte, dass wir zur Veröffentlichung des Zeitgesprächs der Gesellschaft da sind, dann verdirbt man sich mit den Politikern vollends. Wenn man sich jetzt mal Ihre ganze Laufbahn beim Fernsehen anschaut, dann haben Sie ja quasi zwei Blöcke gehabt. Das eine ist das Öffentlich-Rechtliche gewesen und jetzt sind Sie ja beim privaten Fernsehen. Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. War das ein Schritt, den Sie heute nochmal machen würden, wenn Sie diese 15 Jahre quasi vorher gekannt hätten? Also das ist sehr viel Konjunktiv. Aber man muss es glaube ich sehr real sehen. Als ich das Angebot vom Privatfernsehen bekam, war ich 50 und hatte dank der Öffentlich-Rechtlichen dort alle Aufgaben erfüllen dürfen, die das Fernsehen spannend machen. Man war Anchorman, man war Korrespondent, man war Talkshow-Host, man war Kommentator, alles Mögliche hat man gemacht. Deswegen fand ich das als eine schöne Herausforderung, das mal im Privatfernsehen zu machen. Der Reinfall kam dann, als da von vornherein nicht nach Wirkung, vielleicht auf die wenigen Zuschauer, die man da hatte, ging, sondern nach Quote, was die Breitenwirkung angeht. Und daran war ich nicht gewöhnt und das hat mich in der Tat auch sehr enttäuscht. Es hatte aber einen sehr heilenden Effekt. Wenn es denn richtig ist, was viele über mich sagten, dass ich ein bisschen hoffertig geworden war. Ich habe beim Privatfernsehen Demut gelernt. Wo Sie sich jetzt ansprechen, die Sachen mit den Quoten und dem Druck, den man da plötzlich bei den Privatsendern ausgesetzt ist. Inwieweit kann denn die Quote überhaupt noch Qualität gewährleisten? Ist das nicht etwas, worunter Sie dann vielleicht auch gelitten haben, dass das alles immer mit Einschaltquote verglichen wurde? Jetzt bin ich doch noch mal hoffertig und sage, ich lasse mich nur auf Programme ein, wo ich auch Qualität liefern darf. Also, es gab Versuche, mal auch ins Entertainment hinein. Aber erstens sind die missglückt und zweitens haben die mir auch gar nicht gefallen. Aber seit ich beim Aufbau eines Nachrichtenkanals N24 seit sechs Jahren nämlich mithelfen darf, lasse ich mich also auf die Entertainment-Schiene gar nicht mehr ein. Eines muss ich allerdings auch sagen, das hat sich schon früh abgezeichnet, schon beim Heute-Journal, dass meine politische Neugier in allgemeines Interesse und vor allem in wissenschaftliches Interesse gewandelt worden ist. Und deswegen mache ich inzwischen zunehmend Programme, die mit Technik, Wissenschaft, Weltraum, Geschichte, Essen und Trinken zu tun haben. Jetzt, wenn jemand so viel gereist ist wie Sie und auch an so vielen Orten gelebt hat, dieses Gefühl Heimat, können Sie das jetzt hier am Tegernsee in der Nähe von München entwickeln? Oder wie gehen Sie mit dem Begriff um? Ich habe zunächst mal gedacht, dass für mich dieser Heimatbegriff nicht gilt. Das hat mit meiner frühen Kindheit zu tun. Wir waren ausgebombt, wie ja so viele. Mein Vater war im Lager, meine Mutter war auf Gastspiel als Sängerin, um Geld zu verdienen. Ich wohnte bei den Großeltern und hatte nicht mal ein eigenes Bett. Aber ich hatte so Dinge wie ein Detektorradio. Wissen Sie noch, was das ist? Selbst gebasteltes Radio. Ich hatte ein selbst geschnitztes Segelschiff, was man am Nürnbergkanal oder am Tegernsee fahren konnte. Ich hatte so ein paar kleine Habseligkeiten. Das war für mich Heimat. Und dass man jetzt sagt, der Heimat ist an einen Platz gebunden, das habe ich komischerweise erst mit der Zeit erfahren. Also ich fühle mich heute stärker am Tegernsee beheimatet, als je in meiner Geschichte. Ist aber diese Kraft, also wenn man heute die Leute auf Sendungen anspricht, wie Bilder aus Amerika, ist das nicht für Sie auch eine ungeheure, immer wieder ein Aha-Erlebnis, dass die Leute das noch ungeheuer präsent haben? Wie erklären Sie sich das? Na ja gut, Bilder aus Amerika war zu der Zeit ebenfalls ein neues Genre. Es firmierte unter dem damaligen Schimpfwort Infotainment. Also wir, das war vor allem H.J. Friedrichs und ich, waren der Meinung, dass man gegen den Anti-Amerikanismus das normale amerikanische Leben setzen müsste. Und das war natürlich nicht nur politisch. Und da haben wir überlegt, dass wir Information und Entertainment, also Unterhaltung und Nachricht, zusammenbringen. Und das war vielleicht das Erfolgsgeheimnis von Bilder aus Amerika. Da gab es dann übrigens aber parallel auch Bilder aus Europa. Das lief nicht ganz so gut und das hat wiederum damit zu tun, kommen wir in die heutige Zeit, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Europa ein kaltes Projekt sind, während die Vereinigten Staaten von Amerika, wie man jetzt im Wahlkampf sieht, uns immer noch faszinieren. Amerika hat Sie aber auch fasziniert und man weiß, dass Sie da lange gelebt haben und viel über Amerika berichtet haben. Warum sind Sie eigentlich weggegangen aus Washington? Warum sind Sie dann zurück nach Deutschland wiedergegangen, um das Heute-Journal zu moderieren? War das nicht für Sie auch irgendwo schmerzlich? Also das war die Rückkehr zu einem zweiten Term im Heute-Journal damals. Ich habe damals aber das Angebot bekommen, nach einer Zeit Heute-Journal, die als Übergangszeit gedacht war, eine Serie zu machen die ich auch mit großem Vergnügen gemacht habe, die hieß Abenteuer und Legenden und galt den noch unentdeckten weißen Flecken auf dem Globus. Da habe ich damals 16 Folgen gemacht und dann habe ich damit aufgehört, weil ich damals meinte, jetzt gibt es keine weißen Flecken mehr. Inzwischen bin ich anderer Meinung, heute sind es nicht mehr die geografischen weißen Flecken, sondern es sind die weißen Flecken in unserer Geschichte. Es sind die weißen Flecken im Makrokosmos und im Mikrokosmos. Aber damals meinte ich eben so, jetzt ist das genug, jetzt machen wir was anderes. Das war dann auch der Übergang zum Privat. Und was ist jetzt noch was, wo Sie sagen, also da muss Dieter Kronzucker unbedingt noch hin, da muss er noch mal recherchieren, da muss er zeigen, dass da was ist, was andere Menschen noch nicht so kennen? Also ich habe gerade eine Reportage in Südafrika gemacht. Die interessantesten Punkte sind dort, wo Veränderung stattfindet. Und da ist natürlich Südafrika ein herausragendes Land. Es ist ja erst 14 Jahre her, dass dort die Apartheid aufgehört hatte, also eine besondere Form des Kolonialismus. Und über Nelson Mandela, dem Mann ohne Rache, es zu einem friedfertigen Übergang kam. Jetzt wollte ich sehen, wird ein Afrika, das inzwischen von den schwarzafrikanischen Mehrheitsparteien regiert wird, die aber überhaupt keine Kultur des Regierens hatten, weil sie immer aus der Gesellschaft rausgehalten worden sind. Wie machen die das jetzt? Mein Resultat daraus ist, wenige machen es gut, viele machen es schlecht. Sie haben gesagt, dass wenn Nelson Mandela nicht mehr leben sollte zu der Zeit, wo die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet, dass es dann wirklich gefährdet ist. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird nicht gefährdet sein. Dafür ist es zu sehr ein Prestigeobjekt und dafür ist es auch zu sehr von der FIFA abhängig und nicht nur von den Ausrichtern. Also das ist sehr gut organisiert. Nein, das Problem wird sein, wenn diese Fußball-Weltmeisterschaft vorbei ist, ob das Land dann davon profitiert, mit einem Bauboom, mit Bekanntheitsgrad, mit Weiterentwicklung, mit touristischen Erschließungen und so weiter und so fort. Oder ob es versinkt zurück in afrikanische Traditionen, wie wir sie im Nachbarland Zimbabwe erleben, wo der mächtige Mann wichtiger ist als der weise Mann. Das muss man abwarten. Was macht der weise Mann Kronzucker, wenn er dann nicht mehr reist und Reportagen macht? Also ich habe zwei Hobbys. Eigentlich viele Hobbys, aber zwei besonders. Das eine ist, ich sammle alte Reisebeschreibungen. Das klingt jetzt sehr nach gestrig und nicht nach morgen. Aber es gibt ja nach wie vor sehr gute Reiseschriftsteller und da habe ich eine richtige Sammlung von denen, die heute schreiben, von denen, die früher schreiben und das Vergleich ist und das ist ein schönes Hobby. Und das andere ist, ich habe seit meiner Jugend einen anderen Entwicklungsstrang gehabt. und das ist die Gastronomie. Das heißt, es macht mir Spaß, eventuell eine Gaststätte zu führen oder ein Hotel zu entwickeln und da ist das Alter ja keine Grenze. Ist denn, wenn Sie sich jetzt, heute, 2008, über Ihr Leben Gedanken machen, das, was Sie gelebt haben, das Wichtige oder das, was kommt? Also ich glaube nach wie vor, dass meine Neugier und stillbar ist und ich bin ja nun nicht mehr in einem Alter, wo der größere Teil des Lebens vor einem liegt, sondern der größere Teil liegt hinter mir. Aber ich mache mir mehr Gedanken über die Zukunft, als dass ich überlege, was ich in der Vergangenheit falsch oder richtig gemacht habe. Herr Kronzucker, das macht Mut. Ich wünsche Ihnen noch viele spannende Reportagen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss dann. Tschüss dann.